So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu TTT und mein Name ist Carly, neben mir, nee virtuell neben mir sitzen Kevin, Spliderman, Johnny, Turbo Tim und der gute Flask, Kutschi ist im Urlaub und beziehungsweise saufen und da sich da bisher heute noch keiner zu geäußert hat oder in dieser Aufnahmesession, die letzten zwei Wochen waren organisatorisch ein bisschen schwierig, aber wir sind wieder da. Ja gut, ich hatte halt den übelsten Business Call und so, ich musste da ganz dringend nach Amsterdam, weil ich da mit Sponsoren und Investoren geredet habe für mein neues Projekt. Genau, ich werde nämlich jetzt ein Rapper. Soll ich meine Lines? Ey, der ballert ihn hier schon. Hey, bitte mehr Mindgames. Also in meinen Kommentaren wurden eindeutig mehr Mindgames gefordert. Ich möchte das nochmal eben betonen. Was ihr da macht, das mit dem Schießen, das gefällt mir nicht. Ich finde das auch nicht so schön. So, wo ist Kalle? Oben, ich gehe gerade die Carrera-Bahn hoch. Ich bin Auto. Da bringe ich die Schüsse mal zu ihr. Ja, ich überhole. Oh, falsche Seite. Hä, ist das hier England? Ey, wieso bist du hinter mir? Ich spit jetzt eine Line. Ich steck mir ein Wort aus und das heißt Mevin und ich erschieße jetzt den Kevin. Hallo, hey Mann. What the fuck? Pew, 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 pew. Johnny ist vor mir mit. Er schießt neben mich. Kevin schießt auf mich. Ich weiß nicht warum. Wenn du jetzt nur auf mich schießen würdest, dann würde ich dich töten. Ich müsste einfach mal reinspringen in deine Bullets. Guck mal, hier hast du schon das guter Zweipussei. Nein, nein, schieß mal in die Luft, schieß in die Luft, schieß in die Luft, schieß in die Luft. Hey, hey, hey. Was soll das? Hey, 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 aua, 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 ich komm nicht raus. Au, aua, ich komm nicht raus, aua, 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 mit SRG. Mein Gott. Alter, willst du ihn mal eben bitte? Warum ist vielleicht das verbundet? Irgendeine Ratter da unten im Bett. Der war wirklich Traitor. Wie kannst du denn so scheiße als Traitor sein? Also das ist halt wirklich, wie er leibt und lebt. Ich meine, das ist so dumm, wie er lebt. Aber Johnny ist es glaube ich auch. Ja, komm halt deine Sammel hier. Du hast die ganze Zeit im Nebenzuschossen. Der hat nicht zuerst abgeschossen. Du hast doch nur reagiert. Da hinten ist noch Splatterman. Vorsicht. Wo bin ich? Oh Leute, warte, hier seid ihr hoch? Okay, Johnny, jetzt der alte ultimative Proof. Wir beide arbeiten diese Runde zusammen. Und dann, wenn du kein Traitor... Oh, ich könnte mal sagen, das bin ich so. Ich bin mir aber beruhigend. Wieso schiebst du auf mich? Du triffst einfach gar nichts. Ist der so, oder bist du denn nicht tot? Der war der dumm, vielleicht. Lesk, bist du noch am Leben? Ja, klar. Der war übel verwundet, weil er mich irgendwie abgespeichert hat. Genau, übel verwundet, weil es zu dumm ist. Revive mich mal. Alter, war das witzig. Mikrofon active user in your channel was kicked from the server. Warte, was ist das? Wie der Thomas war das denn? Warte, das ist aber ein anderer Thomas, oder? Warst du ein Thomas? Da war doch kein Thomas, Leute. Da, 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 da. Jonah ist tot? He, war innocent. Ja. Ja, nämlich gerade jaufer. Warum? Christo oder Kevin muss es sein, oder nicht? Ja, ich, ich. Johnny ist auf jeden Fall tot. Tim hat mich angegriffen und Tim war Traitor. Ja, aber Tim ist... ja jetzt macht langsam jetzt klickt es langsam das klingt so jetzt geht es jetzt tot der kalle oder küsse müssen sie sein also aus meiner sicht zumindest wenn du redest noch mal du hältst den rand okay entschuldigung dadurch ist ruhig ich sehe auf jeden fall wlesk ja ich seh dich dann mach ihn weg hä wieso denn er ist traitor er will mich weg machen er ist traitor hallo mikrofon mikrofon aktivieren hallo kevin hilfst du noch ja gut ich glaube es ist es ist jetzt klar wer traiter ist ich habe alle weg gemacht und hat mich dann getötet was ist übrigens passiert ich habe es nicht mitgekriegt könnt ihr das noch mal machen kalle was sie gemacht habt wieso wurdest du gekickt weil fless ein arschloch ist der ist spannend aber ja krass ich wusste nicht dass fless hier recht hat dann bin ich mal netter zu dem verstehe ich auch nicht weil das ist auch nicht seine aufnahme hier oder so und dann denkt er irgendwie der könnte sich das recht aber es wäre schon geil wenn du schnauze hältst wenn du tot bist ja genau das verstehe ich jetzt nicht okay kala kalle wie hatte der melonen-onster gefallen das war so witzig ich konnte nicht mehr ich konnte nicht mehr weil ich sag's gerade zu johnny ey komm wir arbeiten einmal zusammen ultimative vertrauensbeweis und er explodiert einfach genau vor mir das war so geil vor allem ich wollte gerade sagen aber es ist doch übel dumm wenn wir aufeinander stecken und es zerfetzt mich halt einfach schon ja ich habe einfach nicht getroffen so ich wusste halt nicht was das ist und deswegen konnte ich das doch gar nicht einschätzen ob das jetzt platter man war oder nicht ja das ist so ein riesiger raketenwerfer das war quasi eine zeit lang nicht verpönt bei uns weil es halt so ein one shot kill ist aber in zeiten wo wir hier noch mit tommy spielen ich bin richtig gut im aim aber ich treffe da ne mann nicht der schießt rück der johnny getötet der johnny getötet safe johnny hat auf mich geschickt johnny war ohne ende sind bitte bitte turbo zum töten bitte also ich nehme an das sind dann kevin und du bist die ganze zeit nicht zu sehen und es sterben ja random leute und du bist zu sehen oder was ich bin ich bin direkt bei kalle aber dann ja du tötest mich wenn ich das mache deswegen also ich habe nur eine shotgun also unter uns hier muss irgendwo der tim sein ja dann in dem kasten ich höre den ja und ich höre den auch hier unter uns ja das müsste der tim ist es auf jeden fall und kevin müsste es auch sein oder du bist es aber nein ich schwöre dir ich mache nichts wirklich die leute im zuschauerbereich sind mein zeuge jetzt geht ihm mal bitte identifizieren bitte ich bitte dich okay hier ist auch schon wieder tot ich glaube der der team ist nämlich schon tot ja das müssen wir jetzt heraus oder bis runtergefallen ich bin runtergelaufen aber warum hast du den nicht identifiziert was ja mit dem ist tot ja und der andere auf der auf der karriere war ich habe jetzt den juden launcher was macht er du bist ne der hat ihn hier bei der leichte von tim ich habe ja mal liegen und jemand identifizieren da die leiche ja ok aber wo ist kevin du hast halt keinen blick auf kevin und kevin kann mich jetzt von irgendwo absnipen ja vielleicht ist aber auch noch am leben wieso reden die denn nicht so weil das macht mir angst ich bin ich bin ich nicht so sicher ich stand neben dir als du als du johnny angeklickt dass ich hätte einfach mit der snipe an den kopf schießen können du bist so ein kleiner fick ich habe jetzt ohne geschickt weiß das reicht dann auch eine aufnahme sagt ist leer so wenn lebt noch weiß ich nicht alles hinterm fernseher irgendwo jetzt ist jetzt ist kevin halt ruhig und du bist noch am leben aber das ist halt ne mind game glaube ich von kevin weiß das ist so sein level von mind game und dann wissen wir das erstes ich traue ich beiden nicht das ist das problem oder der dollar hätte warum sich war hier oben da wo wir vorhin gechillt haben ich komme wieder runter also der ist irgendwo im fernsehschrank muss sich verstecken du kannst am besten in die box zum beispiel unter dir da kannst du rein da kann ich glaube ich nicht sehen sie hat mir dann thomas in die fresse auf distanz ja wir dürfen nicht zusammenstehen wo er läuft er läuft auf der anderen seite hoch ist jetzt bei dem laptop oben bei dem macbook echt und er hat sich unsichtbar gemacht okay wenn ich bin da noch nur noch 12 sekunden ich glaube wenn sie töte ich ihn glaube ich ja jetzt oben aufm auf dem dach auf dem dach da wo wir standen zu pussis du redest nicht mit uns wenn keiner aufnimmt neben karte zu stehen ist nicht gut das ist schon das zweite mal dass du dich einfach verreckst wo bist du beide male beschuldigst du mich, beide male bin ich inno aber wir können da eine epische folge draus machen du bist einfach so der candy der folge weißt du ja gut komm her komm her ich bin dein bauernopfer wo bist denn du warte mal ich bin hier unten in der dusche ich bin wieder da um elf lässt wenn mich das umkriegt ich bin ein blende wenn du mich jetzt ich bin aber was ist mit flest aber was macht man die katze aufladen testen den mann mir nein 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 Achtung hinter dir ist sei da oder ja doch doch ah schieß mal in die luft spiderman ok wie kann man ihn aufladen du kannst einmal auf mich tabben einfach einfach mal draufklicken und jetzt kannst du mit rechtsklick glaube ich aufladen dann Achtung nicht ich flieg weg ne bitte nicht so dass ich aber test ruhig mal auf geht's ah ok ich weiß auch nicht was der macht Leute ist er mir runter gefallen warum wir brauchen das doch nicht oder ja aber das ist doch voll die coole wache achso ja aber das ist so ne traitor waffe dann werde ich einfach getötet Kevin lebst du noch also Tim lebt noch und ihr beide lebt noch Kevin wieso bist du denn so oh sorry leute der ist auf Karr wieder da wo redet denn Kevin nicht ich hab keinen Game Sound mehr ey jetzt kann ja sein dass Kevin tot ist ne das glaub ich nicht ich glaub Kevin hat keine Lust ich glaub ganz ehrlich es ist Spiderman ich glaub Spiderman hat Kevin weggemacht hä ich hätt euch grad oben wegmachen können ne ich hab euch die ganze Zeit ich hab euch die ganze Zeit geguckt aber das ist auch Tim also wir wissen es ja nicht ne ich hab nicht aufgepasst also Flash War Traitor der hat Kalle und mich angegriffen ok Kalle und dich ja ich merk's wir hatten danach Spaß mit Minuten noch wer ist denn das hier? oh Kalle ist hier bei mir ja ja oh mein Gott ich bin runtergefallen oh mein Gott ich werd sterben geil bist du denn? ja ich hab ich bin stuck aber wenn ich glaub ich runterjumme höre bin ich tot kann man dir helfen? soll ich dich erlösen? weiß ich nicht ne ne lass mal ich bleib hier Johnny zieht auf mich ok ich lebe passt ich zieh die ganze Zeit auf dich weil ich weiß dass du Traitor bist ach so warum schießt du mich dann nicht? ich hab nämlich auch das Splendermans äh es ist äh weil wenn du dir wenn du dir so sicher bist ne das das ich sag mach nur das was Kalle ist dann kann ich dich schon ok also ihr sagt Splendermans weil da kill ich dich jetzt Johnny lass mal wieder oben treffen ok aber das könnte auch so ne das könnte auch so ein äh Lasterbomb nicht ich versteck mich einfach aber an der Stelle ich bin in einer krassen Rapper Gang aber du bist hurt ja? du hast mich ja abgeschossen Johnny wir springen jetzt Simon Says ok ready Simon Says jump Simon Says if you a traitor kill Kalle oh krass sehr gut dann sehr gut du denkst dass ich bin ein Ehrenmann interessant das Ding ist wenn Kalle jetzt Traitor ist dann hätte er dich töten müssen Tim lebst du noch? ne hätte ich mich selber töten müssen ja ok ok äh Spiderman ist es der Tim wollte Spiderman killen äh Tim war gar nicht bei mir ja natürlich wo ist denn der Kevin die Leiche wenn er eine hat? oh hat er mir richtig Schmerzen bekommen was ist der da unten drin ja in den Häuschen? ah der war das letzte Mal aber ich denke der hat sich mittlerweile bewegt ich trau mich nicht hinterm Fernseher da ist immer der Kevin und Achtung ich werde geschossen oben auf dem Bett ne? ich weiß es nicht doch doch auf dem Bett auf dem Bett oder hier unten drin hier unten drin im Bett ja das war eher so als wäre es von oben wollen wir gemeinsam hingehen? ja ok ok komm Johnny wir beide oh ich hab so Angst soll ich hier nicht gerade runter gehen schon? echt? wo? ich hab gerade irgendwas klicken gehört das ist unter uns ne? ah ja im Bett im Bett im Bett? im Bett? im Bettkasten hier aua scheiße vielleicht ist der Nate des Lebens wo ist er denn? oh ja ich hab ne Taube gesehen der hatte ne Taube ist er unten? drin? ja gut ah wuh da wollte ich mal ne Wappen ausbinden Klasse Kalle klasse ne alles gut Kevin war tot oh man ja irgendwie fucking wer hat den Rainbow reingeklatscht das war ich ich stand hinter dir und hab den dann direkt gemacht leider mal gelesen wie ein Buch den Limit na gut ich wollte oben halt schon die Taube werfen aber du hast mich halt direkt gesehen deswegen Johnny treffen wir uns wieder oben? ja ja ich bin schon ready ich treffe ja clock grad ach ach ich bin schon wieder Traitor ach ich bin schon wieder Inno Johnny I like it war doch gerade was haben wir hier noch für Waffen ich hab irgendwie das Gefühl dass ich immer noch nicht alle Waffen kenne ne jetzt sind die jetzt auch wieder neue drin ne ne er meint er meint ne also die Standard Waffen das letzte Mal hast du gesagt hast du mich gekillt und ich war Inno und das ist ein Kevin Diegel in die Luft bitte einmal ballern ok du geiles Stücke guck mal guck mal was denn hättest du was davon was du sagst geh mal hier hinter mir dass du Johnny im Blick hast dass er jetzt nicht schüttet so Johnny hat so gemacht ok Johnny was sagst du dazu er steht halt auch jetzt gerade er stand jetzt gerade wieder rum ne ich konnte mich nicht entscheiden ob ich die Waffe oder wie aber ich kann mir das ehrlich wenn du wenn du nach der ganzen Zeit immer noch kein Vertrauen hast dann ja eigentlich schon ne ne ist ok nein Johnny nein komm er weiß sie nicht ich sag's ja nur haltet ihn im Auge ich hab kein Problem behalte ihn im Auge mach nicht Auge Bruder also ist doch weil Johnny und Kalle sind ja der zusammen Trader es kommt guck mal man kann man kann übrigens mit der Kloba mit rechts gegen so Leute schubsen schieß mal die Luft 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 ok ach du Brandgranate alle auseinander oh 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 was ähm wohin auseinander alter oh ok alter das ist ja wirklich die Brandgranate ja hab ich doch gesagt alter Kevin warum mir ist Torbottin Torbottin mit der Bitter aber ein bisschen äh beide liegt eine Granate Schmerzen halt aua die Scout nehm ich mir doch ich hab gestern zu viel drauf ja was ist jetzt hier mit den Traitern haben die mal Bock irgendwie ne die haben heute irgendwie also ich geh mich jetzt verstecken bestimmt also 100 pros wie der Tim Trader weil der einfach keine ahn der ist so kreativ einfach der ist so kreativ einfach weil die mich jetzt runtergeschlüpfen der ist echt ich hab mich in den Blumen umgedreht der hat mich in die Biene geschossen der hat sich in den Kasten ausgucken der ist so der kreativ ey hey 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 wer war das Kalle 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 was Kalle 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 äh das war ja richtig anlackend für dich dass ich gerade hier Hä was ist da da jetzt von der Kalle redest Alter wieso schießt du auf mich Ich bin im Vent hoch und dann seh ich ihn links, wie er gerade die Diegel zücken. Warte mal, wer ist da auf dem Bett da gerade? Kalle war unten im Schrank. Da hab ich ihn gesehen. Ah, er ist bei einem weißen Auto, glaube ich. Ne, das ist Kevin. Dann warst du das vielleicht auch vorhin. Ich habe nämlich nicht den Namen angucken können. Der ist irgendwo hier. Irgendwo ist der hier. Ey, Kalle, lebst du noch? Bei Kalle 1 vs. 4 ist schon schwer. Oh, hier ist gerade ein Klub. Oh. Oh. Ja, das konfirmt Kalle. Da wusstest du nicht, dass das keine Granate ist, die Damage macht. Oder vielleicht bist es du. Kevin? Oh, lol. Kalle hat Kevin aus. Kalle? 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 Wo ist da? Ach man, das war so unlucky, Kevin. Ja? Ich wollte durch die Wand weg, Thomassen. Best was responsible for every kill made. Ja, wisst ihr. Aua. Scheiße. Aber da war unlucky timing. Ja, war wirklich. Ja. Du klatscht keiner. So, Johnny. Wir beide? Du klatscht keiner. Auf geht's. Klatschen wir uns wieder oben? Ja. Ich hab sogar überlegt, ob ich kurz mit dir teame, obwohl ich inno bin. Aber dann schien wir dann doch ein neues Video. Dann gibt's ja Shitstorm wieder, ne? Ja, ja, das ist gefährlich. Keiner mag Scheiße. Ist schon beeindruckend. Pack ist eigentlich ganz nice, aber muss man wissen. Na ja, kommt doch alles. Oh, jetzt was explodiert. Ich hab ne Ganade geschmissen. Hast du immer gerade auswählen, bevor du gehst? Oder machst du, dass du wer du Trater bist? Ich mach das sowohl, wenn ich später bin, als auch wenn ich nicht inno bin. Nein, Johnny. Okay. Was machen wir heute? Was willst du? Ich mach alles. Sag mir einen Namen und ich bring ihn um. Okay. Ich komm hier nicht hoch. Johnny. Johnny. Oh, lol. Wenn du einen... Oh mein Gott, nein! Johnny, Johnny! Nein, 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 nein! Oh, Johnny, nein! Er macht's halt wirklich! Hey, weg damit, weg damit! Drei, zwei, eins und ich knall dir das ins Gesicht. Einmal mit der Deagle in die Luft, in die Luft, in die Luft, in die Luft, in die Luft. Hey, das ist kein Deagle. Ja, oder mit deiner Pistel da. Ja, normal. Das war schon ein bisschen witzig. Weg damit! Ja, ich will dich ja nicht einfach töten, aber das war schon ganz schön. Ja, das find ich gut, find ich gut. Weiß ich gut. Alter, bin ich am lecken. Alter, Johnny, ich liebe dich. Bitte ein Herzchen für Johnny in die Kommentarspalte. In die Spalte? In die Spalte? In die Spalte, Alter. In die Spalte rein. Alter, hört das jemand? Was denn? Irgendjemand hat unten im Schrank mit dem Thomas auf mich geschlossen. Wer ist da unten drinnen? Kevin. Kevin ist hier unten im Bett. Keiner von uns. Kevin ist doch schon wieder so ruhig. Hat der eine Shotgun? Das ist immer so ein Deez. Für uns in dem Fernsehvergal. Irgendwer hat mit dem Thomas auf mich geschlossen. Ja, also mein Schnüffelinstinkt sagt ja, Kevin hat eine Shotgun, also ist er, aua. Ich bin runtergefallen. Ich bin auf der anderen Seite so. Aber es sind ja noch zwei Traitor, ne? Es ist eine zweite. Hm. Ich bin gerade von dem Dings runtergefallen. Wo ist Johnny eigentlich? Wo ist Johnny eigentlich? Wo ist Johnny eigentlich? Wo ist Johnny gestorben? Der ist runtergefallen aus. Der hat sich selber umgebracht für Kalle. Ah, 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 ah. Badabada-ba-ba-ba. Ist die letzte Runde. Jetzt haut nochmal richtig einen raus, ihr Traitor-Gesände. Ist so. Ich versuch's. Warte, ich streng mich an. Johnny, das wird einfach die beste Folge. Du bist einfach ein Ehrenmann. Ich würd's nochmal sagen. Machst mich nervös. Schöre, Kevin, du bist Traitor. Ich will doch, mich wegzumachen. Dann. Lass deine Waffe fallen, wenn du Traitor bist. Lass deine Waffe fallen, wenn du Traitor bist. Loll. Oh, hierben wir, hierben wir. Kalle, Kalle, Kalle. Okay, es ist der über mir. Es ist Kevin. Es ist Kevin, ja. Und einer von denen da drüben. Entweder Tim oder Johnny. Nee. Kalle und Kevin. Kalle und Kevin. Ja, ja. Aber Kalle ist schon tot, ne? Ja. Ich müsste zum Identifying gehen und Kalle... Ne, Kevin steht da oben. Hä? Bist du's, Christo? Nein. Ich doch nicht. Ich glaub' gar nichts mehr, Alter. Ich schon. Der war nur zweite Traitor. Ey, ich sitz' beide. Ah! Ja, ich glaub' einfach... Ey, also... Ey, also... Ihr seid doch 100 pro beide Traitor. Ja, 100 pro. Aber wer ist denn das hier... Warum hat denn der keinen Namen? Alter, wieso stehst du und Kevin da einfach so oben? Kevin hat keinen Namen, wenn ich auf ihn ziele. Was? Ich bin unten... Das Problem ist, ich kann euch... Ich kann euch nicht beide töten. Dafür ist man ähnlich gut genug. Oh! Geh weg von mir! Ah! Junge, Junge, Junge! Der sagt sogar schon, dass kein Name da ist. Kein Name da ist. Und tötet ihn nicht. Ist doch... Ist doch glasklar wie Klosbrühe. Splatterman-Mensch. Mikrofon activated. Oh. Hallo? Jetzt kommen sie beide. Ah! Ey! Ja, 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 ja. Ja, was soll ich machen? Gegen zwei Traitor geht halt nicht, ne? Ey, Kalle, du Arsch. Du hast gesagt, lass die Waffe fallen. Aber ich hätt' dich hochgebrochen wieder aufgefangen. Wenn du Traitor bist. Wenn du Traitor bist. Ich hätt' dich hochgebrochen wieder aufgefangen. Ja, gut, aber... Ja, das war's mal wieder mit TTC bei mir. Die nächste Folge gibt's beim guten Fleskowitsch. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.